Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Nebude. Willkommen zur dritten Folge des Pokémon TCG Adventskalenders. Es gibt heute einfach wieder drei Booster von irgendwas von XY, die will ich nämlich erstmal abarbeiten. Ich würde sagen, nachdem es in der ersten Folge schon so gut war, geht's mal auf Schicksalsschmiede hier ein. Das letzte, das zweite und letzte. Das erste war verdammt gut in der ersten Folge. Diesmal ist es aber nur eine. Rare. Ich frage mich, ob ich noch irgendwas richtig krasses in diesem Adventskalender ziehen werde, wo ich richtig ausraste. Ein weißes Kyurem ist zwar cool, ein Holo, aber jetzt nicht überdimensional. Ich würde sagen, ich mache dann hier diese Folge noch die beiden Turbo-Fieber auf. Und die nächsten paar Folgen werden sich dann auf Turbo-Start fokussieren. Ich will eben die neueren Packs in späteren Folgen machen. Also, O2 Rares. Hier die ganzen Karten mal, die neu sind. Mal gehen. Ähm, Planas im tollen Design. Ja, ich meine natürlich ein Olaf in den 500. Hier gehen auch nochmal Grüße raus, dass ich hier auf seinem Laptop aufnehmen kann. Hi. Jeder Spieler, ähm, ja. Wir nehmen hier mal ein Lasho King, äh, Reverse Rare und ein Manafi EX mit Cool. Also, die ersten drei Folgen, keine erfolglos. Kann man nix sagen. Und das letzte Pack für heute beinhaltet eine Rare. Eigentlich ist, wenn zwei Rarestars da sind, hier immer was Besonderes bei mir. Und es gibt auch jetzt keine Ausnahme. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann sehen wir uns morgen wieder.